Wie lange? Drei Minuten sieben? Ja. Alter, das läuft einfach vor der Arsch. Ja, dann hau rein. Wo ist Wolf? Ist der... Der ist tot. Boah, bleib doch mal einfach mal hier hocken, du Wichser, ey. Kannst du den nicht befehligen oder so irgendwie? Ne, nur dass es nach Down gehen soll, aber den macht er nicht. Jetzt bleibt er kurz liegen. Da sind Polizisten von... Guck mal, da vorne, bei 30 Metern ist irgendwas. Ah, ne Geisel ist da. Da ist noch einer. War kurz Munition nachleben, nachladen. 2,24. 2,15. Okay, bleibt gerade liegen. Vorsicht, da ist einer am Auto, ne? Am Polizei-Auto. Ah, ich kann hier reingehen ins Auto. Haha, geil, ey. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch hier überleben, einfach. Und so lange warten, bis ihr... Pass auf, von draußen kommt einer direkt... Nee, noch nicht. Ach, schießt gegen das Auto, aber ich glaube, ihr kann dann nicht durch. Und wenn, dann snack ich die hier weg, ey, wenn sie am Eingang sind beim Auto. 1,53. Noch. Na ja, warte, ich warte noch. Ach, seht ihr, wo ich bin, gerade? Ja, klar. Ja, also ich bin in deiner... Sind hier draußen, irgendwo? Das ist... Wenn ein Stück... Da ist noch einer direkt vorne, der ballert gerade durchs Fenster. Ah, kann man nicht. Ist, äh... Hier, wer ist noch mal? Panzergelast. Ist sicher, hat Panzergelast, ne? Ich kann leider nicht ein bisschen rauszoomen oder sowas. Boah, wenn die jetzt hier rum die Ecke kommen, Alter. Oh, da kommen gleich tausende von Bullen rein. Oh, kann ich mir vorstellen, ey, scheiße. Oder die machen einfach die Tür zu. Ja. Da haben sie auch gefangen. Nee, geht nicht. Oh, nein. Ey, wenn ihr gleich reinkommt, das wird richtig heftig. Mal gucken, wo ihr überhaupt spawnt. Ob ihr bei mir spawnt oder anders... 59, 58. 50. Sagt mal Bescheid, wenn ihr um die Ecke kommen, irgendwie. Ja, ich seh ihn leider nicht. Ich seh's, Alter. Da ist einer am Fenster. Ja, am Fenster, die können ja ruhig gegenschießen. Oh, jetzt... Oh, jetzt kommt dunkler Qualbier. Na, doch nicht. Pass auf, ey. 40. Okay, Patrick steigt ja eher ein als ich ein paar Sekunden. Ja, mal gucken, wo er einsteigt, ey. Ich hoffe nicht, dann direkt in der Meute. Das ist es halt, ey. Oh, da ist einer gerade vorbei. Ich hab's gesehen. 20 nicht da. Oh, ihr habt doch keinen Bock, gleich da rauszulaufen, ey. 10. Ich hoffe, ich spawn auch hier drin. 2, 1. Du kannst jetzt eingetauscht werden. Ja, so. Ich bin auch erst mal hier drin, bis Big Mana drin ist. Und Wolf. Bin da. Wolf? Ne, der kommt nicht wieder. Wolf ist noch in Haft, aber kommt er gar nicht erst raus. Ich glaub, der kommt gar nicht mehr wieder. Der kommt doch nicht raus. Aber wir haben jetzt auch nur die Hälfte an Munition, ne? Ja, ist doch eine Munitionstasche da hinten. Warum komm ich denn nicht mehr hier raus? Nein. Ah, ich bin draußen. Wow, 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 wow. Ich bin down. Ich helfe ihnen, ich helfe. Scheiße, ey. Oh, da ist irgendwo ein Teaser. Wie bist du denn jetzt gerade rausgekommen? Ich bin einfach irgendwie rausgekommen. So, jetzt bin ich raus. Boah, fuck, Alter. Das ist so unruhig. Boah, kurz mal hinter uns sichern. Wie seid ihr hier rausgekommen? Ja, du musst springen und dann ducken. Muss ein bisschen rumprobieren. Ah, bin raus. So, jetzt so eine schöne Granate da hinten reinschmeißen. Alles weg. Oh, oh. Hätten wir das, ne? Blaues Auto, blaues Auto. Okay, weg. Okay. Okay, hinter uns ist jetzt nichts mehr. Ja. Das kommen alle von... Wie viel Munition ist da noch drin? Weiß ich nicht, wo steht denn das? Ich hab aber auch noch einen Beutel. Ja, guck. Dann nehme ich nochmal Munition. So, einer von euch kann auch noch nehmen, glaube ich. So, dann lass uns mal gleich nach vorne langsam. Aber immer schön langsam, also nicht sofort nach vorne rennen. Am besten einer in der Mitte, einer an der Seite und einer auf der anderen Seite. Also rechts. Ich gehe in die Mitte. Ich gehe an die Seite. Ich gehe links. Höre, was ist los? Du gehst auf die andere Seite. Ich gehe links, habe ich doch gesagt. Ja. Welches links? Wolle immer nach vorne ein bisschen. Wer sagt an, wann wir gehen? Ja, was mit dem... Achso, der wartet vielleicht sogar. Ja, zu lange warten, da war nicht... Was? Wenig Munition, was soll das denn? Das hat gerade was genommen. Ja, genau. Und ich habe nur drei, viermal geschossen. Okay, langsam geht's nach vorne. Okay, bei mir ist im Moment safe. Bei mir auch. Weiter nach vorne. Oh, fuck, das ist ein Sniper. Irgendwas ist ein Sniper, ja. Okay, weitergehen. Folgt ja uns eigentlich, nee, ne? Nicht, dass wir jetzt gleich wieder alles zurückgehen müssen. Und wiederholen müssen, verstehst du? Ja, soll ich mal eben nochmal zurück... Gehen wir mal kurz zurück, genau. Wir halten hier Stellung. Irgendwer schießt hier auf mich. Da. So, ich muss den befehligen. Ich muss den befehligen. Wolf ist wieder da. Gott sei Dank. Vorsicht, jetzt kommt er. Da steht irgendwas mitten im Nebel. Jetzt läuft er vor. Einmal befehligen, läuft er schon vor, oder was? Ah, ne, jetzt bleibt er wieder stehen. Alter, von wo? Ach, von hinten auch noch. Warte, ich mach den nicht. Ah, ich bin down, ey. Scheiße. Ich bin da. Alter, warum treffe ich den nicht? Ah, doch jetzt. Ich mach schon. Er ist Wolf. Er weiß jetzt. Da hinten ist wieder Nebel, da kommen wieder Leute. Ja. Ich bewege mich wieder in die Mitte. Binnen in die Mitte. Boah, ist das Hammer, ey. Alter. Das ist echt geil. Okay, wir müssen jetzt alle zusammen an dem LKW vorbei. Möchte ganz tief. Fuck, 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 da ist. Ey, die haben so Schutzsachen an. Keine Munition mehr. Auf, zack. Und das ist wie ein Elektro-Typ. Hab das aufladen gehört. Gehört. Ja. Oh, oh, oh. Oh. Oh, da ist ein Schild. Der ist tot. Der Schild-Typ. Oh, jetzt kommen wieder viele. Der ist wie ein Sturmangriff. Scheiße, ich hab so wenig Munition. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, wenig Munition. Bist du down? Ne, ne, ich bin nicht down. Wenig Munition. Hat einer von euch noch ein Munitionspack? Ich hab noch eins dabei, aber sammle erstmal die Munition hier vorne. Sprinte einmal da vorne durch, dann hasse ich da ein bisschen was. Alter, wie viele, ey. Das ist doch unnormal, ey. Das ist doch so unnormal, ey. Das gibt's nicht. Nein. Okay, ich bin hier in der linken Ecke. Lade doch nach, lade doch nach, Alter. Boah, ich muss da mal kurz in Deckung bleiben, nach, Leben nachladen. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, mit meiner Pum, dann noch viel zu machen, aber ich hab auch auf dem Maschinengewinn noch Munition, wenn. Ich kann gleich was, ich kann was hinlegen hier vorne gleich. Ich weiß nicht, was halt noch kommt. Lauf doch, Mann. Ja, noch hab ich meine Munitions, äh, meine Dings hier, meine Pum Gun. Oh, von wo kommt das denn? Ist da oben ein Sniper im Haus? Ne, doch nicht. Okay. Komm, jetzt ne Baustelle. Baustellen sind immer cool, ne? Kann man hier herlaufen? Ja. Ihr kommt vom Dach. Ah, da, genau. Wulf scheint nicht mehr so viele Leben zu haben. Scheiße. So, der Typ läuft einfach nicht. Und wo zielen die denn? Ach, von da oben noch. Okay. Wow, wow, wow. Wie auch wieder in Deckung? Meine Fresse, ist das heftig? Oh, das ist der Stromtyp. Äh, Wulf. Was, Wulf? Scheiße, wieder ein wenig Munition, ey. Ja, warte, ich, 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 ich stelle jetzt hier hin. Ja. Voll, ich, komm von hinten. Ich hab hier ne gute Ecke, wo man sich hinstellen kann, wenn... Scheiße, wir sind wieder hier viel zu in der Ecke. Ja, ich bin hier in der guten Ecke. Scheiße, ich bin wieder down, ey, das gibt's doch nicht. Oh. Auch down. Och, ne, das kann jetzt nicht wieder nicht sein, Alter. Geil, komm mal her. Ja, tut mir leid, hier sind Leute. Keine Munition mehr. Ja, kann nicht. Ich hab keine Munition mehr gehabt. Ah, fuck, ey. Ich hab doch gesagt, ich hatte ne gute Ecke, wo ihr hin könnt. Da war gar keiner. Wir waren auch in der Ecke. Ne, aber nicht in dieser Ecke, ich war in der anderen. Ja. Ja, haben wir gesehen. Also da sollten wir dann vielleicht dann doch lieber zusammenbleiben. Ja, zum Schluss dann hinten, ja. Boah. Oder wir sagen, wenn wirklich zwei Leute schon tot sind, am besten sofort der dritte wieder in so ein scheiß Auto reinlaufen und sich erstmal dann wieder verstecken, ey. Scheiße, da hat der Hund was drauf, ob die Aufnahme dann länger dauert in dem Level, bevor man immer wieder von neu anfangen muss, weil wir müssen jetzt wieder von neu anfangen. Scheiße. Boah, ey, das klingt schon hart, ey. Und dann hängt's immer an mir. Nein, äh, äh, gar nicht. Doch. Immer bei, bei, bei. Und der Einzige, der immer als erstes stirbt, ist immer, immer. Immer, immer. Echt? Das ist so. So, jetzt kommt's los. Okay, warte mal. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was ich da rüber bin. Ach, der Hund war drauf, ey. Wir sind jetzt hier. Ob sich der Chinese, äh, im gleichen Auto befindet? Genau. Ich glaube nicht. Alter, vater, vater. Warte mal trotzdem hier überall die Säge feste. Klar. Scheiß der Hund was drauf. Get down on the ground. 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 Alter, wie präzise die schießen, Alter. Das ist ja unnormal, ey. Mhm. Jeder Schuss bei denen, der sitzt fast. Tja, bei mir sitzt bei denen jeder, äh, im Kopf. Äh, wollen wir überraschen lassen. So, wie gesagt, mal gucken wir mal, was hinten da wieder der Typ drin ist. Ich bleib wieder hinten. Genau. Mit Wolf dann, ne? Ja, der Wolf ist ja, klar. Ob meinst du jetzt, ne, kann man nicht. Ich wollte gerade ins Wasser springen. Ach, geht leider nicht. Äh, verdobt. Level Ende. Nein! Okay, da kommen sie. Okay. Kommt doch. Ich bin bereit. Ingo, du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst da hinten, ne? Ja, da hinten ist, glaube ich, weniger eigentlich los, aber... Ich vermute mal, dass der wieder hier drin ist, ey. Stromtyp ist dabei. Stromtyp ist down. Ich hab das Gefühl, jetzt kommen wieder mehr, ey. Du hast nur ein Gefühl. Ah, ich will unbedingt den Typen hier raus haben. Jetzt komm, beeil dich. Warte mal, noch wie viel? 170. Also ich glaube nicht, dass der nochmal da drin ist. Glaubst du? Nein, glaube ich nicht. Also Leute, du musst die Gegner hier auch schon platt machen. Ja, ich hab ja auch auf meiner Seite welche, ne? Was heißt hier, du und bloß auf deiner Seite welche? Ich bin auf der gleichen Seite. Auf welcher Seite bist du denn? Ich steh rechts neben dir. Ja, du hast aber, du machst grad die rechte Seite. Ich mach beide Seiten gerade. Du machst beide Seiten? Ja. Dann übernimmst du aber die, die ich nicht sehe. Weil ich nehm die, die immer ganz hinten sind. Und jetzt hab ich keine Munition mehr. Jetzt schon nicht mehr? Hilfe, 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 Hilfe. Ja, weil von hinten die meisten kommen irgendwie. Von hinten? Hallo? Von hinten kommt überhaupt keiner. Doch! Quatsch! Hier vorne ist hinten, ne? Achso, das meinst du mit hinten. Also, jetzt stell den... Die eine Säge ist mir kaputt. Ja, ich weiß. Komm, ich komm noch nicht dran. Scheiße. Boah, wir bräuchten hier mal Hilfe, so ein bisschen. Uiuiui. Du bist, du musst das schliegen, okay? So, eine Säge ist wieder aktiv. Okay. Oh, Wolf, geh nicht mehr in den Weg, Alter. Scheiße, Alter. Fuck. Bin gleich down. Ich auch. Ich auch. Meine Fresse, Alter. Wie viel halten die aus, die Polizisten, ey? Wollen die mich verarschen? Ah, da kommt schon der nächste Heli wieder. Scheiße. Scheiße. Bist du hinterm Auto? Ah, Wolf kommt. Ja. Outdown. Lütz. Ich helfe dir gleich. Boah, du kannst... Naja, gut. Bist du da? Ich bin hier. Scheiße. Mach das mal, dass du kümmerst dich lieber um was anderes. Ihr beide? Ja, das ist wie das Schwachsinn. Ich bin schon weiter.